Meine erste Leiche, die ich gesehen habe, das war nach zwei, drei Monaten. Ich fand das nicht schlimm. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Aber ich fand das interessant, wie das aussieht. Als ich Mario das erste Mal gesehen habe, mit seiner Waffe und dann ganz im Militär angezogen, war es schön. Mein Mann war dann so süß, der hat mir dann auch die Schafe gekauft. Dann wollte ich ein paar Babykühe haben, die wollte er mir dann auch holen. Ich hatte auch einen großen Garten, für den Kleinen war das schön. Die haben alle gleich geredet, so wie ich danach auch geredet habe. Alhamdulillah, Inshallah, der Finger. Oh, ich kann gut schießen. Ich habe lange Arme. Wenn du Handschuhe anhast, kannst du die Waffe nicht durchladen, weil dann zipst du und zipst du und zipst du dran. Dann bist du tot. Man ist durcheinander. Man kommt hierhin, man erwartet ein bisschen Hilfe. Wurde nicht gemacht. Irgendwo auch verständlich, weil der Staat nicht möchte, aber ich will jetzt auch nicht mehr. Ich will in Ruhe gelassen werden. Und ich will zu Bildern為什麼. G optimizeine triangle. Ich könnte mir immer wieder sein.